Hallo, ich bin Melli, das ist Kathrin. Sie zeigt heute die Übungen vor. Heute machen wir ein mehr oder weniger Advanced Tabata HIIT Training mit dem T-Rex. Es wird streng, ihr werdet schwitzen, legt euch ein Tuch bereit und dann fängt man direkt an. Wir beginnen mit dem Warm-up, noch nicht Tabata. Ihr könnt eure Schultern kreisen, zurück kreisen und dann die Arme strecken im Wechsel. Nur Schultern, dann mit Beinen Arm kreisen. Genau, Schultern, Arm kreisen, Schultern, Arm kreisen, genau. Sehr schön. Gut, ich möchte noch 5 Wiederholungen. Schön aufwärmen. Und die letzten 2. Schön. Dann stellt euch auf die Matte. Balanciert auf dem linken Bein und schwingt das rechte Bein vor und zurück, um die Hüfte schön aufzuwärmen. Ihr dürft euch hier auch noch halten, falls ihr das an einer Wand könnt. Es geht auch mehr um die Hüfte, damit die schön warm wird. Wenn ihr aber eine kleine Herausforderung wollt, könnt ihr hier auch balancieren. Und dann dreht euch nach vorne. Und jetzt schwingt das gleiche Bein vor dem Körper durch, von links nach rechts. Sehr schön. Dann dreht euch wieder zurück. Und wechselt das Bein. Das linke Bein vor und zurück. Schöne grosse Bewegungen. Full Range of Motion. Probiert wirklich schön einzuwärmen. Der Oberkörper bleibt schön stabil. Noch 2 Wiederholungen. Und dann dreht euch nach vorne. Und schwingt das Bein wieder vor dem Körper, von links nach rechts. Und dann dürft ihr langsam stoppen und ans Ende Ihrer Matte stehen. Genau. Schreckt beide Arme hoch. Ziehend euren Kopf tief zu euren Füssen. Dann lauft mit den Händen nach vorne. Möchtet jetzt entweder auf den Knie oder auf den Füssen eine Liegestütze. Läuft wieder zurück mit euren Händen. Und kommt wieder hoch. Sehr schön. Wir machen 8 Wiederholungen. Dann selber entscheiden, was ihr wollt. Entweder auf den Knie oder auf den Füssen. Liegestütze. Sehr schön. Dritte Wiederholung. Geht euch im eigenen Tempo. Sehr schön. Wenn ihr merkt, dass es geht nicht mit dem Aufstoßen, kommen wir tief auf die Knie. Und fordert euch ein wenig raus. Geht euch ein Limit. Schön. Möchtet euch noch die letzten 2. Und die letzte. Sehr schön. Gut. Dann kommen wir zurück. Nehmt euch ein T-Rex in die Hand. Wir haben es noch hoch eingestellt. Also auf mittlerer Höhe. Und wir beginnen mit kleinen Squats. Immer noch ein Warm-up. Tief. Und hoch. Genau. Sehr schön. Tief. Und hoch. Genau. Die Wirbelsäule bleibt schön lange und gerade. Sitzend nach hinten ab. Eure Füsse sind hüftbreit aufgestellt. Je mehr Kraft, dass ihr uns T-Rex rein gebt, desto weniger anstrengend wird es für eure Beine. Ihr könnt etwas damit ausprobieren. Läht mal etwas mehr los und dann arbeitet ihr selber mit eurem Bein. Sehr schön. Genau. Dann überkreuzen das rechte Bein hinter dem linken Bein. Wir kommen tief und hoch. Schön. Dann machen wir hier noch sechs Wiederholungen. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wir kommen zurück ins Zentrum. Gehen mit dem linken Bein hinter das rechte Bein. Dann machen wir hier acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Zwei. Zwei. Drei. Zwei. Und die letzte. Kommt zurück ins Zentrum. Geht nochmal zurück ins Quats. Wir machen zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und dann darf ihr den T-Rex loslassen. Halt. Das war das Warm-up. Wir beginnen mit dem Tabata. Geht euch etwas zu trinken holen. Stellen das neben euch. Es wird streng. Wir haben immer 40 Minuten Arbeit. Und 15 Sekunden Pause. Wir erklären zwischen denen die neuen Übungen jeweils. Und ich darf euch ein T-Rex in die Hand nehmen. Steht auf euch das rechte Bein. Wir gehen zuerst in Pistol Squats. Falls das nicht geht. Kathrin zeigt sich schnell vor. Geht ihr einfach tief. Stellt das linke Bein neben das rechte Bein. Und drückt euch wieder hoch. Falls ihr die richtigen Pistol Squats machen könnt. Geht ihr einfach tief. Und stossen euch wieder hoch. Und wir beginnen an. Und tief. Und hoch. Sehr schön. Schönen langen geraden Rücken. Hier haben wir wieder das gleiche Prinzip wie vorher. Je mehr Kraft ihr eure Hände gebt. Desto weniger streng ist es für eure Beine. Falls ihr merkt, ihr könnt es vielleicht sogar ohne Hände. Dann könnt ihr das gerne ausprobieren. Es geht wahrscheinlich ein bisschen langsamer. Aber probiert es gerne zu Hause aus. Sehr schön. Wir haben noch 17 Sekunden. Gut atmen. Bei allen Übungen nicht vergessen zu atmen. Die letzten 8 Sekunden. 5 4 3 2 1 Und loslassen. Sehr gut gemacht. Genau. Gut. Wir gehen in die High Knees. Wir probieren die Knie so hoch wie möglich zu nehmen. Und wir probieren so schnell wie möglich zu springen. Noch 10 Sekunden Pause. Ihr habt zwei verschiedene Optionen. Entweder an Ort und Stelle. Oder ihr hüpft. Und go. Sehr schön. Das ist die schwierigere Option. Ich darf diese Option wählen und das für 40 Sekunden durchziehen. Oder ihr laufen an Ort und Stelle. Genau. Möchtet das, was für euch besser ist. Nehmt eure Knie schön hoch. Eure Hände schwingt schön mit. Sehr gut. Alles ist aktiviert. Ihr atmet gut in euren Bauch. Ihr habt noch 13 Sekunden. Gut durchziehen. Gut atmen. Drei. Zwei. Eins. Und fertig. Du darfst die T-Rex wieder in die Hand nehmen. Wir wechseln die Seite. Wenn ihr vorher das rechte Bein ausgestreckt habt, streckt ihr jetzt das linke Bein aus. Mit zwölf Sekunden Pause, dürft ihr noch schnell ein bisschen auskriegen. Und fünf, vier, drei, zwei, eins und go. Sehr schön. Sehr schön. Das Bein, das gestreckt ist, probiert das voll durch zu strecken. Schön langer, geradeer Rücken. Die Schultern bleiben schön tief. Schön gesetzt lassen. Nicht vergessen, atmen. Ihr habt noch 20 Sekunden. Wenn ihr merkt, ihr könnt es nicht durchziehen oder es geht zu lang. Geht langsamer. Genau. Sehr schön. Das Knie bleibt immer im Rundgelenk. Probiert das schön zu kontrollieren. Es geht um eine schöne Bewegungsausführung. Letzte Wiederholung. Und Pause. Sehr schön. Nehmt ihr die Arme wieder schön mit. Wenn ihr merkt, dass es nicht mehr hoch geht, dann bleibt tief. Oder laufen an Ort und Stelle. Und go. Sehr schön. Und wenn ihr gut mögt, dann bringt ihr die Knie so hoch wie ihr könnt. Lauf so schnell wie ihr könnt. Nehmt ihr die Arme schön mit. Spannung bis in die Fingerspitzen nach vorne. Spannung bis in die Fingerspitzen nach vorne. Sehr schön. Super. Super. Wir haben noch 20 Sekunden. Sehr schön. Gut. Schön durchbeissen. Gut schnaufen. Knie schön hoch. Drei. Zwei. Eins. Und entspannen. Gut. Ihr habt 20 Sekunden Zeit. Ihr könnt auch schnell etwas trinken, wenn ihr wollt. Sonst nehmt das T-Rex schon wieder in die Hand und macht euch bereit für eine schöne Ruderbewegung. Noch 8 Sekunden. Gut schnaufen. Und wir starten. Sehr schön. Zieh eure Schulterblätter hinten schön zusammen. Wenn ihr das T-Rex nach vorne führt, streckt eure Arme. Eure Schulter sind schön gesenkt. Und ihr seid gerade wie ein Brett. Ihr knickt nicht im Becken, sondern ihr stosset euch das Becken schön hoch, damit ihr schön gerade bleibt. Sehr schön. Und auch hier wieder probiert ihr es nicht auf Geschwindigkeit zu machen, sondern es geht um eine schöne, gute Bewegungsausführung. Sehr schön. Gut. Mit noch 7 Sekunden. Schön. Gut. Dann könnt ihr euch entspannen und das T-Rex loslassen. Gut. Wir gehen die Lounge Jumps. Das heisst, wir haben das linke Bein vorne. Genau. Hüpfen hoch und wechseln die Seiten. Wenn ihr merkt, das ist nichts für mich, dann bleibt ihr in einem normalen Lounge und gehen tief und hoch. Genau. Sehr schön. Und wir starten. Ihr könnt auch anfangen mit den Jumps. Wenn es nicht mehr geht, bleibt ihr in einer normalen Bewegung. Genau. Geht hoch und tief. Sehr schön. Nehmt eure Arme schön mit. Aktiviert eure Arme. Sehr schön. Genau. Und wenn ihr merkt, ich möchte gerne hüpfen, aber ich schaffe es nicht durchzuziehen. Geht langsamer. Wir machen die Pause zwischen den Sprüngen. Die letzten neun Sekunden. Sehr schön. Noch drei, zwei, eins und super gemacht. Sehr schön. Nehmt das T-Rex wieder in die Hand. Wir rudern. Ihr habt noch 15 Sekunden Pause. Und drei, zwei, eins und go. Schön. Sehr schön. Schöne, langsame Bewegungen. Schöne Bewegungsausführung. Spannet euch den Rumpf an. Setzet eure Schultern ab. Atmet schön in eurem Bauch. Genau. Ihr seid wie ein Bräter, das sich noch vor und zurück bewegt. Sehr schön. Die letzten 15 Sekunden. Gut atmet. Und wenn ihr merkt, dass es zu streng ist, dann laufen wir die Füße ein bisschen mehr zurück. Genau. Und machen die Bewegung von dort aus. Die letzten vier, drei, zwei, eins und loslassen. Gut. Wenn ihr die Variante B gewählt habt vorher und einfach in einer Lounge hoch und tief gegangen sind, wechselt ihr jetzt das Bein. Und geht von dort aus hoch und tief. Falls ihr die andere Variante, die schnelle Variante mit der Sprünge gewählt habt, kommen wir wieder zurück in die Sprünge. Ihr könnt die bei der zweiten Runde, wir fangen an. Genau. Ihr könnt die schön langsam machen. Genau. Oder wie Kathrin immer noch voller Energie. Sehr schön. Die letzten 20 Sekunden. Ihr macht das super. Gut atmet. Nehmt eure Arme in die Oberkörper. Schön aufrecht. Sehr, sehr schön. Die letzten 10 Sekunden. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins. Und gut gemacht. Sehr schön. Gut gemacht. Dürfen die T-Rex wieder in die Hand und drehen euch noch raus. Wir kommen in die Liegestützen. Genau. Wir können die T-Rex auch etwas länger machen, damit es etwas strenger wird. Oder ihr bleibt einfach in dieser Position und in drei Sekunden an mit Liegestützen. Und go. Sehr schön. Sehr gut. Schaut, dass ihr einen schönen rechten Winkel habt zwischen Oberarm und Unterarm. Genau, damit ihr eure Ebenen nicht zu weit zurückkommen. Schönes, gerades Brettchen. Und je weiter ihr unter das T-Rex reinlaufen, desto anstrengender wird es. Wenn euch die Türen blockiert, macht das T-Rex länger. Und dann könnt ihr das ein wenig spielen mit der Strenge. Schön, die letzten drei Sekunden. Schön. Und dann loslassen. Legt euch auf den Bauch. Und die nächste Übung sind Spidermans. Das heisst, ihr bringt beide Hände vorne zusammen und tupft sie dann hinter dem Rücken. Genau. Ihre Füsse hinten sind schön zusammengedrückt, eure Beine voll aktiviert. Und wir starten. Vorher tupfen, hinten tupfen. Der Kopf ist in der Verlängerung der Wirbelsäule. Ihre ganze hintere Kette ist angespannt. Die Füsse sind zusammengedrückt, die Beine sind zusammengedrückt. Und das Einzige, was sich bewegt, sind eure Arme. Sehr schön. Gut atmen. Solltet ihr euch Kinder im Rücken nicht berühren können, ist das kein Problem. Geht so weit, wie es für euch geht. Genau. Sehr schön. Letzte 10 Sekunden. Sehr schön. Und wir kommen langsam zurück, stehen wieder auf. Und wir kommen noch einmal zurück in unsere Liegestütze. Ihr habt noch 9 Sekunden. Gut atmen. Sehr schön. Ich mache das super. Und wir starten. Ja, sehr schön. Schöne Liegestütze. Ihr seid ein schönes Brettchen. Der Kopf bleibt in der Verlängerung. Ihr zieht eure Schulterblätter hinten zusammen. Sehr schön gut stabilisieren. Die letzten 20 Sekunden. Gut. Nicht vergessen. Schnaufen. Noch 8 Sekunden. 5. 4. 3. 2. 1. Und loslassen. Sehr schön. Ihr könnt das T-Rex ein wenig runterlassen, sodass die Hand schlaufen auf der Mitte, wo ich schlaufen habe. Und dann wieder auf den Bauch legen. Wir gehen nochmals in die zweite Runde von den Spidermans. Wir drücken unsere Füsse hinten zusammen. Beide zusammen. Und dann starten wir. Wir dupfen vorne, dupfen hinten. Sehr schön. Nichts bewegt sich ausser die Arme. Sehr schön. Der Kopf bleibt in der Verlängerung. Schaut runter. Und das geht nicht um die Geschwindigkeit. Wir wollen eine klare Bewegungsausführung. Sehr schön. Die letzten 15 Sekunden. Gut durchweisen. Und erlaubt euch jederzeit die Pause, wenn ihr sie braucht. Die letzten 3 Sekunden. 2. Und wir sind fertig. Sehr schön. Gut. Von hier aus bringen beide Fersen ins T-Rex rein. Schön. Legt euch auf den Rücken. Genau. Und jetzt bei der nächsten Übung gehen wir nur hoch und tief mit dem Gesäss. Sehr schön. Einschnufe und ausschnufe. Genau. Ihr zieht eure Fersen so nahe wie möglich zu eurem Gesäss. Genau. Und ihr spürt, je näher ihr eure Fersen beim Gesäss habt, desto strenger wird die ganze Bewegung. Genau. Eure Hände dürft ihr entweder am Boden platzieren oder ihr führt sie hoch zu der Tilli. Was das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Genau. Seht ihr? Gut. Die letzten 10 Sekunden. Und zwei. Eins. Und dann dürft ihr rauskommen mit eurem Füße aus dem T-Rex. Draht euch auf eine Liegestützposition. Wir gehen in die Mountain Climbers. Genau. Ihr geht entweder mit euren Knie nach vorne. Genau. Schön langsam. Oder ihr springt das Ganze. Genau. Sehr schön. Und dann starten wir. 40 Sekunden. Ihr Gesäss bleibt schön tief. Probiert es nicht hoch zu drücken. Ihr seid mit euren Schultern direkt über dem Handgelenk oder ein bisschen weiter vorne. Sucht die Variante für euch aus, die besser geht. Ihr dürft auch variieren zwischen diesen zwei Varianten. Entweder topft ihr, laufen langsam vor und zurück. Oder ihr springt, so wie Katrin jetzt geht. Sehr schön. Letzte 10 Sekunden. Und vier. Drei. Zwei. Eins. Und entspannen. Sehr schön. Drei. Dreht euch wieder auf den Rücken. Drei. 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 Drei Glocken komme wieder in eine gleiche Bewegung. Das Gesäß kommt wieder hoch. Und wir senken es langsam wieder ab. Ein-schnuk tenh-ung, aus-chnuk tenh-ung absenknen. Ein-schnuk tenh-ung, aus-chnun absenknen. Genau. Wir machen die Bewegung schön langsam, ziehen durch die Ferse zu das Gesäß. Ihre Hände sind entweder neben dem Körper abgelegt oder ziehen sie schön hoch zu der Tillie. Ihr habt die letzten 17 Sekunden. Sehr schön. Noch zwei Übungen und haben es geschafft, dann schön durchbeisen. Sehr schön. Noch fünf, vier, drei, zwei, eins und entspannen. Schön. Bringt eure Füße raus und dreht uns nochmal zurück in die Mountain Climbers. Liegestützposition. Wählt die Variante, die für euch geht. Ihr lauft entweder leicht nach vorne oder springt das Ganze. Ihr habt noch acht Sekunden Pause. Und go. Genau. Seht gut durchbeissen, gut atmen. Genau. Und wenn es nicht mehr geht, dann macht die Bewegung langsamer. Sehr, sehr schön. Super. Behaltet das Gesäß wie Katrin. Schön tief. Sehr schön. Der Kopf ist in der Verlängerung. Ihr schaut tief. Zu euren Händen. Wir haben die letzten 15 Sekunden. gut durchbeissen. Durchbeissen. Sehr schön. Super. Noch fünf. Noch drei. Und dann darf ihr loslassen. Sehr schön. Bringen beide Füße ins T-Rex. Und dann drehen euch nach vorne in eine Liegestützposition. Genau. Sehr schön. Gut. Von daher haben wir wieder zwei verschiedene Varianten. Wenn ihr Handgelenkprobleme habt, macht das Ganze auf den Unterarmen. Genau. Bringen euch die Knie jetzt entweder zu euren Ellbägen nach vorne. Sehr schön. Das Ganze könnt ihr auch auf euren Händen machen. Das ist die Variante 2. Sehr schön. Oder ihr kommt hoch in einen halben Handstand. Genau. Jedes Mal, wenn ihr eure Füsse nach vorne zieht, kommt ihr mit dem Gesäß hoch. Genau. In ein Pike. Sehr schön. Wählt die Variante, die für euch am besten geht. Variante 1, 2 oder 3. Ihr habt nur noch 5 Sekunden. Gut durchbeissen. Sehr schön. Dann dürft ihr rauskommen. Sehr gut gemacht. Gut. Wir gehen für den Schluss noch hoch. Genau. Auf die Füsse. Wir springen hoch. Wir kommen tief. Wir springen zurück in eine Liegestützposition. Wir springen wieder vorne zu unseren Händen und kommen wieder hoch. Gut. Sehr schön. Und hoch. Sehr schön. Falls das nicht gehen sollte, laufen das Ganze. Dann springen nicht, sondern setzen den rechten Fuss zurück, den linken Fuss zurück. Der rechte Fülle, der linken Fülle. Kommt hoch. Genau. Das ist die Variante 2. Zurücksetzen. Zurücksetzen. Führersetzen. Führersetzen. Höher. Genau. Wählen selber, was für euch in dieser Situation noch gut ist. Ihr habt noch 13 Sekunden. Genau. Entweder springen oder laufen. Genau. Schön. Und fertig sind wir. Sehr schön. Beide Füße nochmals ins T-Rex. Wir gehen nochmals zurück zum Boden. Letzte Übung im T-Rex für heute. Wir drehen uns zurück in die Liegestützposition und wählen hier wieder, welche Variante wir wählen wollen. Variante 1. Ihre Knie kommen zu den Eulbögen, wir sind auf den Unterärmen. Variante 2. Wir stützen uns auf unsere Hände und kommen mit den Knie zu unserem Brustkorb. Und Variante 3. Wir kommen hoch auf unsere Hände und kommen in ein Peik. Das heisst, wir kommen quasi zu einem Klappmesser. Genau. Sehr schön. Das wäre Variante 2. Oder das wäre Variante 3. Sehr schön. Wähle deine eigene Variante für die letzten 17 Sekunden. Es geht nicht mehr lange. Bisset noch durch. Die letzte Übung am T-Rex. Sehr schön. Acht. Sieben. Und die letzten 3 Sekunden. Und entspannen. Sehr schön gemacht. Super. Kommen wir raus. Und wir gehen noch das letzte Mal in unsere Jump High. Wir kommen tief. Und dann jump back in eine Plank. Oder ihr lauft das Ganze. Ihr habt noch 5 Sekunden. Wählen die Variante, die für euch gut ist. Wir machen lieber eine schöne Bewegungsausführung. Als eine falsche. Also dann lauft lieber zurück. Wenn ihr merkt, ich mag es nicht mehr halten, lauft zurück. Und wir machen so wie die Kathrin. Wenn ihr das Gefühl habt, ich habe noch ganz viel Energie. Dann dürft ihr zurückhüpfen. Genau. Sehr schön. Genau. Voll auspowern für die letzten 20 Sekunden. Sehr schön. Super. Schön. Gut. Die letzten 10 Sekunden. Wir machen das super. Gut durchbeissen. Nachher gibt es die Entspannung. Noch 5 Sekunden. Und ihr habt es geschafft. Sehr sehr schön. Legt euch auf den Rücken. Sehr schön gemacht. Gratulieren. Nehmt beide Knie zum Brustkorb. Genau. Und drückt sie schön zu euch hin. Dann noch ein bisschen versatmen. Ihr könnt auch etwas trinken, wenn ihr das Trinken neben euch könnt. Und dann dreht ihr die Knie von rechts nach links. Wechselt die Seiten von links nach rechts. Schön. Und dann streckt euch das rechte Bein am Boden aus. Drückt das linke Knie zu euch. Schön. Dreht das linke Knie auf die rechte Seite. Streckt den linken Arm aus und schaut nach. Sehr schön. Bleibt hier. Entspannt euch. Und atmet schön in die Fisse rein. Und dann kommen wir langsam zurück ins Zentrum. Drückt das rechte Knie, nein das linke Knie nochmal zu euch. Drückt das rechte Knie zum Brustkorb. Nehmt das rechte Knie auch rein. Und streckt das linke Bein am Boden aus. Und dann ziehen das rechte Bein langsam auf die linke Seite. Tue wieder. Und streckt euch das rechte Bein aus. Und streckt euch das rechte Bein aus. Und dann streckt euch das rechte Bein. Und öbe den Kopf, genau, ziehend euch länger, atme tief ein und ausatmen, tief einatmen und langsam ausatmen. Und jetzt beim dritten Mal probiert, so lange wie ihr einatmen könnt, bis ihr merkt, ich kann nicht mehr einatmen. Und wenn ihr an diesem Punkt gekommen seid, lasst ihr die ganze Atmung durch den Mund raus. Und das letzte Mal tief einatmen, genau, so weit bis ihr nicht mehr weiter könnt. Und dann macht euch das Mund auf und lehnt es raus. Sehr schön, stellen die Füsse auf, heben euch hinter den Kniekehle und rollen langsam hoch. Sehr schön, strecken die Beine nach vorne aus, bringen beide Hände über den Kopf und dann lehnt vorne runter. Sehr schön, Kopf lang hängen, gut atmen. Rollen wieder auf. Und dann bringen beide Füsse zum Gesäss, stützen dich auf, strecken die Beine aus, genau, hangen vorne runter. Und dann rollen langsam wirbel auf, wirbel auf. Sehr schön, rollen die Schultern zurück und langsam nach vorne. Drehe deinen Kopf von rechts nach links. Sehr schön. Und dann sind wir fertig für heute. Danke auf einmal fürs Mitmachen, ich hoffe es ist gut gegangen. Danke auf einmal auch dir, super gemacht. Und ja, wir wünschen euch einen ganz schönen Tag. Tschau zusammen. Junge. Gut. Vielen Dank.